Unsichtbare Spuren von Andreas Franz Es liest Stefan Benson Freitag, 3. Dezember 1999 In der Nacht auf den 3. Dezember packte Sabine Körner ihre Reisetasche und den Rucksack und schlich sich, als sie sicher war, dass die anderen schliefen, klammheimlich aus dem Haus. Sie hatte mit einer Bekannten in Flensburg telefoniert, von der in ihrer Familie keiner etwas wusste. Christiane war zwar schon Mitte 20, aber sie hatte eine eigene Wohnung, wo Sabine so lange bleiben konnte, wie sie wollte. Das hatte Christiane jedenfalls bei einem Treffen gesagt, als sie sich in Hannover aufhielt und dabei einen Abstecher nach Kleinburg-Wedel machte. Christiane kannte Sabines Probleme, den ewigen Streit mit den Eltern, vor allem mit dem Vater, der seit einigen Jahren an der Flasche hing und seine Familie nur noch tyrannisierte. Das Schlimmste jedoch war, dass er in letzter Zeit auch gewalttätig geworden war, sowohl ihr als auch ihrer Mutter gegenüber. Nur ihren Bruder Thomas verschonte er. Aber auch ihre Mutter hatte sich verändert, war längst nicht mehr so offen wie früher. Sie tat so, als wäre zu Hause alles in bester Ordnung, wobei sie es sehr gut verstand, ihr hin und wieder blau geschlagenes Auge mit viel Make-up zu kaschieren. Das Fass zum Überlaufen hatte jedoch ein Vorfall gestern gebracht, als ihr Vater, wieder einmal betrunken, ohne Grund fast alle Teller aus dem Küchenschrank gerissen hatte, während sie mit ihm allein zu Hause war. Anschließend wollte er Sabine verprügeln, doch sie schloss sich in ihrem Zimmer ein. Daraufhin hämmerte er gegen die Tür und sie hoffte angsterfüllt, dass die Tür halten würde. Nach zehn Minuten gab er auf. Sabine war 1,65 m groß, hatte kurzes, blondes Haar, das ihrem Gesicht einen lebendigen Ausdruck verlieh. Sie war hübsch und einige Mädchen waren neidisch auf ihre natürliche Schönheit. Sabine hatte sich fast 700 Mark zusammengespart. Zu wenig, um über einen längeren Zeitraum damit auszukommen. Sie hoffte, in Flensburg eine Stelle zu finden, auch wenn sie gerade erst 17 war. Als sie nun über die Terrasse lief, prasselte der Regen gegen ihre Jacke. An der Hauptstraße hielt Sabine den Daumen hoch, bis nach etwa zehn Minuten ein Trucker anhielt und sie einsteigen ließ. Sie fuhren gut drei Stunden, bis er sie an der Raststätte Brockenlande absetzte. Sabine betrat die Raststätte und holte sich einen Kaffee und ein belegtes Brötchen. Um halb sechs verließ sie die Raststätte. Es hatte aufgehört zu regnen. Nur kurz darauf hielt ein Audi. Sie öffnete die Tür und fragte den Mann, den sie auf Mitte 30 schätzte und der ein sympathisches Gesicht hatte, ob er zufällig nach Flensburg fahre. Er trug einen grauen Anzug, ein blaues Hemd und eine rote Krawatte und lächelte Sabine an. Nein, leider nur bis Schleswig, aber von dort ist es ja nur noch ein Katzensprung bis Flensburg. Steig ein. Ich heiße Georg und du? Sabine. Sie verstaute ihre Sachen auf dem Rücksitz, schnallte sich an und legte den Kopf an die Nackenstütze. Sabine war müde und erschöpft. Wohnst du in Flensburg? Nee, ich will nur eine Freundin besuchen. Und warum fährst du nicht tagsüber? Bist du abgehauen? Warum interessiert sie das? Du kannst mich ruhig duzen. Wenn jemand in deinem Alter nachts unterwegs ist, hat's meist zu Hause gekracht. Wie alt bist du? 18. Luxi. Verstehe. Ich muss aber vorher noch kurz nach Eckernförde, hab dort einen Termin. Dann bringe ich dich nach Schleswig. Was machst du beruflich? Ich warte und repariere Maschinen in Großbetrieben. An einem großen Gebäude hielten sie. Georg sagte, bevor er ausstieg, ich muss nur ein Ersatzteil wechseln, höchstens dreiviertelstunde. Er holte eine schwarze Tasche aus dem Kofferraum und betrat das Gebäude. Der Regen hatte wieder eingesetzt. Georg kam nach 40 Minuten wieder und startete den Motor. Es war kurz nach sieben. Hast du eigentlich genug Geld dabei? Fragte Georg wie beiläufig. Geht so. Aber für eine Weile wird's schon reichen. Pass auf. Du brauchst nur Ja oder Nein zu sagen. Aber ich geb dir 200 Mark für ne kleine Gegenleistung. Was für ne Gegenleistung? Nur ne kleine Gefälligkeit. Ich steh nun mal auf Frauen wie dich. Sabine sah Georg von der Seite an. Ich bin nicht so eine. Das weiß ich selbst, aber 200 Mark für höchstens eine halbe Stunde. Und ich tu dir auch bestimmt nicht weh. Ehrenwort. Und was ist mit Kondomen? Ich hab mich erst vor zwei Wochen vom Arzt durchchecken lassen. Ich bin sauber. Ich find dich unheimlich sexy. Und dumm bist du auch nicht. Das gefällt mir an Frauen. Du weißt, was du willst. Sabine fühlte sich geschmeichelt. Einverstanden. Bist du verheiratet? Schon, aber so toll läuft's nicht zwischen uns. Ich bin einigermaßen erfolgreich im Beruf, dafür hapert's privat. Das Leben ist manchmal ungerecht. Bei dir doch auch. Mein Vater ist nur noch besoffen und prügelt. Und mit meiner Mutter kann ich nicht mehr reden. Die will nur nicht, dass ihre heile Welt kaputt geht. Die Nachbarn sollen bloß nicht merken, was bei uns abläuft. Und was willst du jetzt machen? Erst mal bei einer Freundin unterkommen und dann weitersehen. Georg bog bei Ahrensberg ab und fuhr noch etwa einen Kilometer, bis er in ein einsames Waldstück kam. Er schob den Fahrersitz zurück, zog die 200 Mark aus seinem Portemonnaie und reichte sie Sabine. Sie steckte das Geld ein und lächelte verschämt, denn es war das erste Mal, dass sie mit einem Mann schlief, den sie nicht richtig kannte und der dafür bezahlte. Sie hatte überhaupt erst mit zwei Jungs geschlafen. »Machst du's mit dem Mund?«, fragte Georg und öffnete seine Hose. »Wenn du willst«, antwortete Sabine und begann, ihn zu befriedigen. Nach ein paar Minuten fasste er sie sanft beim Kopf. »Du bist heiß. Komm, sieh die Hose aus und setz dich auf mich drauf.« Sie folgte seiner Aufforderung. Es ging alles sehr schnell. Nach kaum zehn Minuten zog sie sich wieder an und ließ sich auf den Beifahrersitz fallen. Sie fühlte sich nicht schmutzig, denn Georg war nett. Sie hätte es nicht mit jedem gemacht, aber bei ihm hätte sie sich vorstellen können, es wiederzumachen. Auch ohne Geld. Georg startete den Motor, hielt inne, stieg aus, rannte zum Kofferraum und stieß einen derben Fluch durch die Zähne. »Verdammte Scheiße, jetzt hab ich meinen Koffer dort stehen lassen. Hör zu, es tut mir leid, aber ich muss zurück nach Eckernförde. Ich setz dich vorne an der Straße ab. Da nimmt dich bestimmt gleich jemand mit. Tut mir echt leid, ich hätte dich sogar... Ach, Scheiße.« »Schlimm?« fragte er und gab ihr einen Kuss auf die Stirn und umarmte sie. »Kein Problem. Danke, dass du mich überhaupt mitgenommen hast.« Sabine stieg an der Bundesstraße aus. Georg sagte, während er hinter den Fahrersitz griff und einen Schirm hervorzog, »Hier, nimm den, damit du nicht zu nass wirst. War echt schön mit dir. Tschüss und toi, toi, toi.« Sie stand keine zwei Minuten an der Straße, als ein grüner Ford anhielt. »Wohin?« »Flensburg.« »Meine Richtung«, sagte der Mann freundlich. Er hatte ein offenes Gesicht, kurze braune Haare und braune Augen. »Pack dein Zeug einfach auf den Rücksitz.« »Wie heißt du?« »Sabine. Und du?« »Nenn mich Butcher.« »Du fährst nach Flensburg?« »Hm.« »Muss aber vorher noch einen kleinen Abstecher machen, jemandem was vorbeibringen.« »Wo kommst du her?« »Aus der Nähe von Hannover.« »Hm.« Er bog bei heiter Bullings ab, wo sich in etwa 400 Meter Entfernung ein Parkplatz befand. Doch kein Fahrzeug war dort zu sehen. »Wo sind wir hier?« fragte Sabine misstrauisch. »Wikingermuseum.« Er drehte eine Runde auf dem riesigen Parkplatz. Sabine fühlte sich unwohl, vor allem, weil Butcher mit einem Mal nichts mehr sagte und seine Miene einen dumpfen Ausdruck bekam. »Warum halten wir hier?« Es war fünf vor acht und kein Mensch weit und breit zu sehen. Dafür regnete es in Strömen. Der Wind heulte und drückte gegen das Auto. »Was willst du hier?« fragte Sabine ängstlich. »Ausziehen.« Er klang gefährlich ruhig. »Lass mich raus«, sagte Sabine mit heiserer Stimme. Ihre eben noch vorhandene unterschwellige Angst wandelte sich in Panik. »Ausziehen.« Sabine stieß blitzschnell die Tür auf und ließ sich hinausfallen. Und dann rannte sie. Mit einem Mal spürte sie, wie etwas fast ihren Rücken zu zertrümmern schien. Sie fiel mit dem Gesicht voran zu Boden. Als sie sich umdrehte, sah sie nur noch etwas Schwarzes auf sich zukommen. Immer und immer wieder. Bis sie die Besinnung verlor. Butcher schaute emotionslos auf sie hinab. Auf den blutverschmierten Kopf, die verdreckten Haare und das unnatürlich weit aufgerissene linke Auge und sagte, »Dumm gelaufen.« Wird wohl nichts mit Flensburg. Er begab sich zurück zum Wagen, fuhr bis zu der Stelle, wo Sabine lag, durchsuchte ihre Kleidung... Was wird wieder an der Kaffee und zwar eine Kaffee für den Kaffee und die Kaffee an der Kaffee mit Flensburg. vörter ist. Was ist das, wie er sich mit Flensburg mit Flensburg. Vielen Dank.